Time Out! Spielerwechsel bei Take-O! Sie wechseln ein? Wen denn? Hä? Doch nicht etwa den da! Das Denknirps? Was denn? Die schicken allen Ernstes nur ein Würstchen ins Spiel? Lass mal, kann der überhaupt Basketball spielen? Tut der ja nicht weh! Er kam ja eben ziemlich cool rüber, aber was will jemand schon tun, der so dermaßen Unscheinbar ist? Selbst die gegnerische Verteidigung interessiert sich nicht für ihn. Was ist da gerade passiert?